Womit plant ihr denn eure Implantate? Wir machen das mit der Romexis 6 und dass ihr damit in nur wenigen Minuten eine voll digitale Bohrschablone erstellen könnt, das zeigen wir euch jetzt. Grundvoraussetzung für eine 3D geplante Implantation ist natürlich ein DVT und ein Modell oder ein Modellscan. Das Ganze geht der Sache voran und danach gebe ich die Daten ans Labor ab. Meine Aufgabe im Labor ist es nun, DVT und Scan zu matchen. Soll heißen, ich übertrage die Gingiva-Situation ins DVT. Darauf kann ich dem Max dann Backward-Planning machen, das ihm die ganze Positionierung des späteren Implantats tatsächlich erleichtert. Ich habe nun die Möglichkeit, bei meiner Planung des Implantats nicht nur die Knochenverhältnisse mit einzubeziehen, sondern eben auch schon meine prothetische Achse beachten zu können. Wenn wir das Implantat planen, geht dem Ganzen voran natürlich eine ausgiebige Befundung des DVTs. Muss ich euch nicht erklären, ihr als Behandler seid verpflichtet, das gesamte DVT zu befunden und Anomalien, pathologische Veränderungen und so weiter zu befunden, zu erkennen und zu diagnostizieren. Ich wähle dann als nächstes mein Implantat aus. Die Romexis bietet dafür eine sehr große Implantat-Datenbank, in der fast alle gängigen Implantatsysteme vertreten sind. Ich kann dieses Implantat nun sauber positionieren und bin eigentlich schon fertig. In diesem Fall heute haben wir eine Oberkiefer-Schablone gemacht. Im Unterkiefer bietet die Romexis noch schöne Tools mit Nervanzeichnen, warnt auch vor Nervkollisionen. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Ganz klar, ihr als Behandler tragt die Verantwortung, ihr müsst das beachten, ihr müsst auch eure Bohrschablone, auch wenn sie 3D-navigiert ist, kontrollieren. Egal ob jetzt auch 3D-navigiert oder nur als Initialbohrung gedacht, wir stellen jetzt auf diesem weiteren Verlauf quasi die Bohrschablone her. Das machen wir in der Romexis recht einfach. Wir können auswählen, in welche Einschubrichtung das Ganze gestaltet werden soll. Das heißt, alle Bereiche, die grundsätzlich unter sich gehend wären, werden ausgeblockt. Dann lege ich meinen Schablonenbereich fest und der Rest passiert im Prinzip automatisch. Ich habe die Abstände zu den Implantaten, ich habe die Dicke der Bohrschablone und das Ganze wird einfach erzeugt. Am Ende bestätige auch ich, dass quasi die Übergabe mit der Befundung entsprechend durch Max abgesegnet ist und dadurch habe ich die Richtsicherheit. Nächster Schritt, wir drucken oder wenn ihr noch eine Restronde hast von Schienen, wird sie auch schon mal gefräst, die Bohrschablone. Wie das funktioniert, haben wir euch auch schon in einem Video gezeigt, findet ihr übrigens hier. Der Patient kommt, ich habe meine Bohrschablone und das war's. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein paar Kommentare da lasst, wie ihr das Ganze gestaltet, welche Software ihr benutzt und wie das Ganze bei euch abläuft. Bleibt uns treu!